Weil es nicht viel weiter weg von Berlin gehen sollte, weil der NC auch eine wichtige Rolle gespielt hat bei mir. Ich wäre an der staatlichen Uni definitiv nicht angenommen worden. Und dass dann noch diese Kliniktage schon damals eine Option waren und das wurde ja auch Gott sei dank am Tag der offenen Tür ziemlich schön deutlich und gut vermittelt. Das waren so die drei überzeugenden Punkte.